zum nächsten Mal Oh, der Dini Wallenstedt 2013 Wallenstedt 2013 sein Die sehen sich auch schön leicht aus hier. Die sehen sich auch schön leicht aus. 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 Der kann gar nicht bei Nullwind. Der braucht so viel. Die sehen sich auch schön leicht aus. 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 Der ist so schön leicht aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klingt sie doch gleich wieder ein, hirn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So einfach wie das? Ja, schon mal gemacht. Let's see what's coming. So einfach wie das? So einfach wie das? So einfach wie das? Das war's für heute. Vielen Dank. Der kommt gar nicht von der Stelle hin. Stimmt. Nehmen wir hier oben, der kommt gar nicht von der Stelle hin. Ja. Den Trimmer aufmachen. Denk wie ein Schluck Wasser hin. Guck mal da oben, da ist schon wieder so einer. Hast du einen Rand? Ja, den hab ich drauf. Cool. Ja. 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 Let's get on. Oh, sehr schön. Nice, man. Okay. 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 Hey, Fallensträger. Dreh drauf. Dreh drauf. Dreh drauf. Dreh drauf. Ich habe das, das ist ein Dach, das ist ein Dach, das ist ein Dach, das ist ein Dach. Stimmt schön leicht, ne? Ja, der sieht sehr gut aus. Mini-Klein. So, Frank, guck mal ein bisschen, ich hab ihn jetzt, sag mal Bescheid, wenn's losgeht. Spbok, guck mal ein bisschen, wenn's er. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist er wieder gerade? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020